Servus. So kommen wir zu den Lichtträgern. Es trill da. Leider spielt man sie später fast gar nicht mehr. Eigentlich nur noch in der Arthur Gwyneth Komp und im verdrehten Reich. Für das verdrehte Reich ist 3 von 9 gut oder kann man sehr gut nutzen. Falls ihr das nicht machen wollt, wäre das nicht so schlimm. Für den Feldzug reicht eigentlich ein 10er Item oder vom Prinzip ja doch ein 10er Item würde ich hier schon geben und 0 von 9 aus. Fürs verdrehte Reich wäre vielleicht ein 10er Item und 3 von 9 noch ganz gut. Ansonsten kann man es Räder theoretisch weglassen. Ja Belinda. Tut mir leid. Artefakt Kelch. Da sie einfach schnell stirbt. Belinda. Meiner Meinung nach, da man sie ja doch nicht allzu lange nutzt, reicht für mich theoretisch gesehen ein 20er Item mit 3 von 9 vollkommen zu. Und ganz gut macht sie sich mit Klinge und Auge. Wären meine zwei Favoriten für Belinda. Rainer ist leider absolut nutzlos. Ja aber für die Gildenbosse Sorin Wryth eventuell noch später in der AE macht sie sich doch ganz gut. Gerade mit dem 3 von 9 Möbelbonus. Ja also 10er Item 3 von 9 reicht bei ihr vollkommen zu. Wenn man es nicht hat, ja ist jetzt kein Weltuntergang. Ähm Artefakt Auge oder Horn. Also Doras Ruf. Forkus. Meiner Meinung nach reicht bei ihm ein ja theoretisch 10er Item. 0 von 9 spielt man später leider absolut nicht mehr. Ja im Feldzug ab und zu mal ganz hilfreich bis weiß ich nicht Kapitel 25 vielleicht. Danach nutzt man ihn einfach überhaupt nicht mehr. Ja. Ähm Artefakt. Ich habe ihn immer gerne mit Gnade gespielt. War auch ziemlich schwer jemanden ranzubekommen, der einen Forkus mit 30er Item und 9 von 9 hat. Habe ich ewig gesucht. Aber ja wie gesagt man spielt ihn halt kaum noch. Deswegen lohnt es sich einfach nicht bei ihm. Ähm Lucius. Ich habe bei Lucius leider auch den Fehler gemacht, ihn mit 30er Item zu versehen. Ähm ja. Da man ihn so ab Kapitel 32 circa theoretisch gesehen nicht mehr wirklich spielt und er einfach den Schaden auch nicht aushält, reicht bei ihm eigentlich ein 20er Item und ja das höchste der Gefühle wäre jetzt noch 3 von 9. Ähm ja. Aber mehr würde ich ihm definitiv nicht geben. Auch obwohl es echt bis dahin ein echt guter Held ist, der einen schön durch die Kapitel zieht und tankt. Aber ja leider. Ähm ja. Ich habe bei ihm immer Kelch gespielt. Hat sich eigentlich am besten gemacht. Von daher meine Empfehlung Kelch. Tane. Ja. Ich habe einige schon gesehen mit 9 von 9 und 30er Item. Habe es selber probiert und es ist vollkommen irrelevant ob er ein 30er Item und 9 von 9 hat oder ob er sein Item nur freigeschaltet hat und 0 von 9 hat. Ja. Es gibt nur zwei Variablen bei dem. Entweder er fängt an zu schnetzeln oder er stirbt. Und ja sein Schaden ist jetzt nicht so pralle. Also es geht schon. Das ist auf jeden Fall. Aber ich kann es einfach nicht empfehlen. Tut mir wirklich leid. Also könnt ihr wirklich außen vor lassen. Tane. Wenn ihr wirklich spielen wollt, wäre meine Empfehlung vielleicht 10er Item und vielleicht 3 von 9. Aber wäre für mich als Verschwendung zugeordnet. Ja. Artefakt kann ich euch leider überhaupt nichts zu sagen. Von daher. Ja tut mir leid. Ich hatte ihn mit Auge. Fünf Sterne Auge. Hendrik spielt man vom Prinzip eigentlich überhaupt nicht. Leider. Es ist ein wirklich klasse Held. Auch ein sehr guter Tank. Für die Arthur Gwyneth Komp. Man kann ihn da spielen. Beziehungsweise ich persönlich spiele ihn da sehr gern. Aber man kann ihn auch ganz leicht ersetzen. Ja. Meine persönliche Meinung zu Hendrik ist 20er Item und Möbelliste kann man theoretisch ignorieren. Wenn man es machen möchte, kann man ihn auch einen 3 von 9 Bonus spendieren. Ja. Ich spiele ihn gerne mit Kelch. Weil ich habe ihn auf 30er Item und deswegen der Kelch, weil er dadurch seine HP regeneriert, die er durch das 30er Item bekommt. Und ja. Habe ihn aber selbst nicht auf 9 von 9 beziehungsweise 3 von 9. Und ich habe ihm nur ein 30er Item gegeben. War damals eine, naja, ich sage es mal in Anführungszeichen, Jugendsünder. Rowan definitiv 30er Item. 3 von 9 okay. 9 von 9, ja, muss man nicht unbedingt machen. Wenn er tanken soll, kann er das gerne mit einem Kelch machen. Ich persönlich spiele ihn immer mit Doras Ruf. Macht sich am besten. Meine persönliche Empfehlung. 30er Item, 3 von 9, Doras Ruf. Gwyneth? Arthur Gwyneth Combo, sagt ja schon der Name. Ja, sie ist halt einfach ein Biest. Solltet ihr das Auge, also das Artefakt Auge noch nicht auf 5 Stern haben, spielt sie mit Klinge, habt ihr Auge auf 5 Stern, wechselt auf Auge. Meine persönliche Meinung, 30er Item, 9 von 9. Sehr gut nutzbar schon mit 30er Item und 3 von 9. 30er Item ist bei ihr wirklich ein Must-Have. Sie rasiert zwar mit 20er Item, aber mit 30er Item macht es auf jeden Fall mal noch mehr Bock. Gerade dann in den höheren Ebenen. Man kann halt, ja, ich sag's mal so, ich hatte sie mit 20er Item, 3 von 9 und hab sie dann auf ihr 30er Item hochgezogen und ja, ich konnte instant 14 Ebenen im Lichtträger-Turm mit ihr ziehen. Ich denke, das sollte schon ein bisschen was aussagen. Rosalie. Ja, gut nutzbar mit 30er Item. Mit 20er Item meine ich. 30er Item ist das i-Tifferchen. Gerade noch durch die Crit-Wertung. Rosalie ist ein kleiner Crit-Held. Lohnt sich also. Und ja, theoretisch kann man bei ihr die Möbelliste ignorieren, aber ja, ein 3 von 9 kann man ihr auf jeden Fall geben. Sie ist auch ein sehr wichtiger Held. Daher 30er Item, 3 von 9. Artefakt-technisch, es kommt wirklich ganz auf die Situation drauf an. Ich spiele sie gerne mit Auge und ich spiele sie auch gerne mit Klinge. Also man kann wirklich beides bei ihr benutzen. Das ist etwas, ja, abhängig vom Gegner-Team und wem sie unterstützen soll. Cecilia war damals bei dem einen verdrehten Reich-Boss gut nutzbar. Aktuell spielt man sie leider überhaupt nicht mehr. Ich habe mir sagen lassen, mit 30er Item und 9 von 9 ist sie sehr gut. Ich hab sie gespielt und getestet. Und es macht wirklich Spaß mit ihr, aber meine persönliche Ansicht ist für sie, ja, also 20er Item, 3 von 9, mehr würde ich ihr persönlich nicht geben. Sorry, musste kurz was trinken. Ähm, ja. Äh, Artefakt-technisch, ich spiele sie gerne mit Auge. Macht mir ihr richtig Bock. Klinge geht alternativ auch. Rigby, ja. Ähm, ja. Rigby halt, ne? Nein, Spaß. Also mit 30er Item, 9 von 9, er macht schon richtig Bock. Ist ein krasser Tank. Ähm, wird auch oft unterschätzt. Aber meine persönliche Meinung zu ihm ist, ja, ignorieren. Einfach ignorieren. Hahaha. Wenn ihr ihn wirklich unbedingt spielen wollt, ähm, ja, 20er Item und 3 von 9 macht sich bei ihm schon ganz gut. Und als Artefakt würde ich ihm Kelch, beziehungsweise Klinge geben. Aber ansonsten, ein Held spielt man nicht. Oder Rigby spielt man nicht. Daher kann man getrost ignorieren. Macht mir nichts falsch. Momentan. Man weiß auch noch nicht, wie sich die Meta ändert. Oskar, leider auch ein absoluter, ja, Crap-Held. In meinen Augen. Ähm, ja, er stirbt halt sehr schnell. Okay, also selbst mit 30er Item und 9 von 9, er stirbt einfach verdammt schnell. Daher, ja, spielt man ihn aber wahrscheinlich auch nicht. Aktuelle Meta nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine Meta für ihn und für Rigby, dass man sie spielen kann. Ja, also wenn ihr sie wirklich spielen wollt, meine Empfehlung. 20er Item. Und das war's. Artefakttechnisch, Auge, Klinge, ja. Aber ansonsten, ja, macht man nichts verkehrt, wenn man ihn einfach ignoriert. So, dann wären wir mit den Lichtträgern durch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und, ja, bis dahin. Ciao, ciao.